Catch my soul, ihr wisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video für mich in diesem Video zu haben, wir kommen über die Black Ops, Corporate Drive-In 24-7 Da hab ich irgendwie Bock auf McDonalds Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren Viel Spaß mit dem Video Das ist eine neue Map draußen, Drive-In, ich hab sie noch nicht getestet, ich hab noch kein einziges Bild davon angeschaut Wie sollte ich Bilder sagen? Uh, wir haben ein Stufenangebot Okay, Map Größe Ja, okay, mhm Man kann von Ja, okay Äh, die spawnen einfach hinter uns Okay Äh, The Yoshi holt mich Also, die Map sieht sehr farbenfroh aus, ne? Und die EM2 ist auch farbenfroh Macht das Sinn? Okay, man kann hier durch Also, was mir sofort auffällt, es ist sehr, sehr offen Gefällt mir Nicht so viele Camper-Spots Man kann bis hier hinten laufen Ähm, soviel zum Thema, keine Camper-Spots Okay, mein erster Eindruck, ich muss schon sagen, es sieht irgendwie geil aus Also nicht, die Map sieht geil aus Es spielt sich gut an Und was war eigentlich der Scheiße? Wieso ist, wieso kann man bis nach da hinten laufen? Was ist das? Guck mal, was ist das? Wer spawnt bitte hier? Schneidet doch einfach da oben das so Wait, wait, ich zeig's euch mit dem Empfang Guck mal hier Das abschneiden Bup Und das wegschmeißen Fertig Und hier, einfach hier spawnen Ist das so schwer? Okay, der weiß auch nicht Der ist auch neu Okay, das Gebäude sieht cool aus Kann man bis hier hoch? Okay, man kann Oh mein Nein, ich wollte hier raus Ich wollte nicht rausjumpen Granate hier rein Komm schon Platz, Platz, Platz Und pushen Oh mein Gott Lad nach, lad nach, lad nach Oh mein Gott, oh mein Gott Let's go, let's go Hoch, 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 hoch Ja, aber ich muss schon sagen Ich finde die Map besser Äh, das ist ein guter Camper-Spot Aber man wird sofort weggeholt Holy shit Aber ich muss schon sagen Erster Eindruck Ist es schon ziemlich nice Die Map Also besser als die Besser als die anderen Maps Wieso bin ich mit Schwitzern In der Lobby drin What the fuck Man kann hier hoch? Oh mein Gott Okay Okay, was soll der Scheiß Hier Wieso kann man hier campen? Oh mein Gott, man Oh ho ho Man kann da überall hinschauen Holy shit Also jetzt mal No joke Dieses Bild hier Könnte auch von der Schule sein Ja, natürlich Hat er mich von Gusbekistan Ja, natürlich Hier gibt es zwei Oh mein Gott Ich sehe nicht Ich bin blind Also hier gibt es zwei Fenster Und hier kann man außen rum Ich gehe mal außen rum Hier erwartet mich bestimmt keiner Okay Alright Ja, okay Aus der Hüfte mit der EM2 Ist nicht so gut Gehen wir mal hier durch die Mitte durch Komm, 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 komm Okay Ist es überhaupt hier die Mitte? Alter, hier gibt es so viele Häuser Und Gebäude Und, und, und Leitern Man hat hier wirklich Den kompletten Überblick, Leute In den Spot Oh mein Gott Das ist so krass Warten wir einfach mal auf jemanden Hier, komm schon Wer wird reinlaufen? Wer wird reinlaufen? Oh mein Gott Ich kann bis nach da hinten schießen Krass, Mann Komm schon, pushy, pushy In die Stellung Dinger Da hat das Klar, komm, jemand Let's go Und noch einer Let's go Und Noch einer Okay Spot, da spottet einer Ich hab ihn gesehen Ah, der war mein Da links oben ist einer Danke, komm Let's go Und Headshot aus der Hüfte Bodenluftgeschütz ist bereit Oh mein Gott Der läuft Oh mein Gott Der wird zu sterben Er weiß es noch nicht War das der oder War der Hä, wieso hat der so Komisch gewartet Wow Okay Gehen wir mal hier hoch War ich hier schon Oh moin Okay, was ist das? Beyond the moon Lie the monsters from space Space monster from the moon Wait Ist das nicht irgendwas Von infinite warfare Ist das nicht ein zwölfjähriges Kind Bro Ist was falsch mit dir Ich bin hier alleine Ich geh jetzt in die Stellung Komm Okay Da oben gibt's auch ein Fenster Okay Ich nehm's zurück Ich hasse die Ich hasse die Ich hasse die Map über alles Ich verstehe halt echt Was Track und die ganzen Fenstern Und Türen Und alles Und Feuer Was ist mit denen? Können die nicht einfach mal einen Raum machen Ohne Fenster Ohne Türen? Oh mein Gott Der Yoshi Junge Warum Warum schwitzt du so? Da ist jemand Da ist jemand Und push 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 Oh ich werd dich holen Ich werd dich holen Ich werd dich Geht die wusste gar nicht was abgeht Oh mein Gott Von hinten Ja Ach so Natürlich von da hinten Ja Im Gebäude Weil da hinten Am Spawn gibt's auch ein Gebäude zum Campen Perfekt Digga Oh mein Gott Guck mal hier ein Fenster Da ein Fenster Und hier ein Stuhl zum Hinsetzen Ey ich könnte kotzen Digga Holt den Sieg für Uncle Sam Hat der gerade gesagt Holt den Sieg für Uncle Sam Digga ich kenn den Typen nicht mal Ja Mit Ich geh jetzt auch hier hin und sterbe Der Camp mit nem Elimier da Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Ja Wie soll ich ihn treffen Wenn er nur sein kleines Köpfchen zeigt Das so eine kleine Hitbox hat Ja 28 24 Geiles Spiel Wetten der Camp da immer noch Ja Er Camp da immer noch Aber kassiert Oh mein Gott Imagine ihr Camp Und ihr verkackt es trotzdem Komm 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 zu Papa Ich weiß dass du da oben bist Oh mein Gott Oh let's go Das tut so gut Oh mein Gott Oh den Sniper Let's go Komm ab der Artillerie raus Bang 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 Ein Schuss Nur ein Kill im Spot Ich hab das doch Spawn eingelöst Der Camp da immer noch Digga Willst du mich eigentlich verarschen Du Camps Oh mein Gott Ich kann sogar Ey ich will gewinnen Ey Jungs Komm sneaky sneaky Wir gehen hier hoch Oh mein Gott Oh mein Gott Lass mich Oh mein Oh mein Gott Wir haben uns gegenseitig behindert Wie solche Idioten Was ist das Was ist das für ein Weg Man kann hier durch Was ist das Oh mein Gott Warum gibt es so viele Wege Ne Ich hab ne Eine neue Runde Ne Vergiss das Map am Anfang Geil jetzt Schmutz Ich kann nicht Ich kann nicht Nochmal auf der Map Spielen Guck mal Mit der Typ 63 Schütter Er schütter im Headglitch Und hat Da kann man Wallbait Wow Damn Alter Das ist Video Diese Map werde ich Nicht mehr anfassen Ich werde auch keine Zweite Runde spielen Die fuckt nur ab Wenigstens sind wir Level 83 geworden Oder Stufe 83 Wir sind schon Level 119 Leute Ich war im letzten Video Level 36 oder 37 Ja Ich hab viel gezockt Aber definitiv werde ich Nie wieder auf dieser Map Zocken Das ist Video Lasst ein Like Und ein Abo da Schaut gerne auf Twitch Schon weiter Stream ich jeden Montag Und Donnerstag 16 bis 18 Uhr Wir sehen uns Bis zum nächsten Mal Macht's gut Ciao Oh warte Ich will noch Ein Stufenangebot Annehmen Wow 50 COD Points Weniger für eine Stufe Yay